Deswegen ist die Low-Foodmap-Diät das Schlechteste, was man bei Reizdarm tun kann. Leidest du unter Darmproblemen und wurdest eventuell bereits auf Reizdarm oder einer anderen Verdauungssteuerung diagnostiziert? Möchtest du die Low-Foodmap-Diät durchführen oder sie wurde dir empfohlen, die Low-Foodmap-Diät schadet dem Mikrobiom stark. Wenn diese durchgeführt wird, kommt das Mikrobiom außer Gleichgewicht und es entsteht eine ungemütliche Situation. In diesem Video zeige ich dir, warum eine Low-Foodmap-Diät auf keinen Fall durchgeführt werden sollte. Hallo, ich bin Sebastian Naschberger, komme aus Österreich und leid selbst über vier Jahre an verschiedensten Verdauungskrankheiten wie den Reizdarm. Mit der richtigen Ernährungstherapie schaffte ich es dann in nur zwei Monaten, meine Verdauungskrankheiten für ein und allemal zu besiegen. Am Ende des Videos erwarte ich ein spezieller Bonus, in dem ich beschreibe, wie auch du es in zwei Monaten schaffen kannst. Aber schau dir zuerst bitte das Video an, da im Video wertvolle Informationen rund um den Reizdarmstecken. Wo ich unter Reizdarmlid habe ich zahlreiche Diäten ausprobiert. Dazu gehört die Low-Foodmap-Diät. Im Endeffekt hat sie mehr geschadet als geholfen, dass sich mein Mikrobiom nach dieser Diät stark verändert hatte und nicht mehr ausgeglichen war. Das war nicht nur bei mir so. Die Low-Foodmap-Diät verändert allgemein das Mikrobiom sehr stark in eine unausgewogene Flora. Bevor ich dir genau erkläre, warum die Low-Foodmap-Diät nicht hilft, zeige ich dir zuerst, was dies eigentlich für eine Diät ist. In dieser Diät werden, wie der Name bereits sagt, Foodmaps weggelassen. Dieser Begriff bedeutet auf Deutsch Fermentierbare, Oligosaccharide, Dissaccharide, Monosaccharide und Polyole. Ein komplizierter Begriff, nicht wahr? Ich möchte dich auch nicht weiter mit solchen Begriffen verwirren. Kurz und knackig sind Foodmaps einfach schwerer verdaubare Kohlenhydrate. Diese schwerer verdaubaren Kohlenhydrate sind zum Beispiel in Äpfel, Melonen und Gerste enthalten. Das Problem ist, dass ein gesunder Darm alle möglichen Lebensmittel verdauen kann. Wenn bestimmte Lebensmittel nicht vertragen werden, stimmt etwas im Darm nicht. Warum bestimmte Lebensmittel nicht vertragen werden, kommt von einer tiefliegenden Ursache. Die Ursache für solche Lebensmittelunverträglichkeiten ist in vielen Fällen ein Likrigat, auch genannt löchriger Darm. Was ist ein Likrigat? Auf Deutsch bedeutet dieser Begriff, wie bereits genannt, löchriger Darm. Es sind winzig kleine Löcher in der Darmschleimhaut drinnen. Diese kann man mit dem Auge jetzt nicht erkennen. Aber mit einem Mikroskop kann man sie erkennen und sie machen auf jeden Fall Probleme. Wie entstehen solche Löcher im Darm? Diese entstehen durch eine Entzündung. Und diese Entzündungen werden bei vielen Menschen durch Gärungsprozesse im Darm ausgelöst. Zudem ist laut Dr. Charles Livingston im Darm bei vielen 3 Kilogramm, 6 Kilogramm oder mehr an unverdauten Zehennahrungsbrei. Dieser gärt und löst viele Entzündungsprozesse aus. Also ein verstopfter Darm oder eine allgemeine Verstopfung führt zu einem Likrigat, aber auch eine schadstofffreiche Ernährung. Wie viele Zusatzstoffe können zu diesen führen, da ebenso Schadstoffe und Zusatzstoffe im Darm Entzündungen auslösen können und eben dann solche Löcher entstehen. Das Problem ist, wenn ein Likrigat vorhanden ist, gelangen, während der Verdauung Lebensmittelbestandteile in die Darmschleimhaut. Unter der Darmschleimhaut liegt der Blutkreislauf. Diese Bestandteile führen dann zu Entzündungen im Blutkreislauf. Dadurch sendet der Körper Antikörper aus. Du kannst dir Antikörper wie Polizisten vorstellen. Diese bekämpfen die Lebensmittelbestandteile, welche eigentlich ja gut sind, aber in diesem Fall eben nicht positiv sind, dass sie in den Blutkreislauf gelangt sind. Wenn so eine Situation öfter passiert, erkennt der Körper bestimmte Lebensmittel wie Obst, was eigentlich ja gesund ist, als Feind an. So entsteht eine Lebensmittelunverträglichkeit, also die Lösung für eine Lebensmittelunverträglichkeit ist nicht das Weglassen von zum Beispiel Obst oder eben den Foodmaps, sondern die Lösung ist die Ursache zu behandeln, also den Likrigat, sodass der Körper wieder einwandfrei diese ganzen Lebensmittel erkennt. Das ist auch der Grund, warum es bei solchen Diäten häufig vorkommt, dass wenn die jemand durchführt, im Verlauf der Diät noch weniger Lebensmittel vertragen werden, weil zwar die Sachen weggelassen werden, was jetzt zu Entzündungen geführt haben und der Körper dann falsch erkennt, aber der Likrigat wurde nicht behandelt. Und deswegen kommt es weiterhin zu Entzündungen und der Körper erkennt weiterhin eigentlich gute Lebensmittel als Feinde an. Wie man sich jetzt richtig ernähren sollte, um die Ursache zu behandeln, nämlich den Likrigat, habe ich bereits in mehreren Videos auf meinem Kanal erklärt. Ich blende dir die Videos mal als Infokarte jetzt hier ein. Wenn du deine Verdauungsproblematik an der Ursache besiegen möchtest, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben und wir machen ein kostenloses Erstgespräch aus. In diesem lerne ich allgemein deine Situation kennen und kann dir dann den Weg zeigen, wie du aus dieser hinaus kommst. Melde dich dazu unter meiner E-Mail-Adresse info-at-darm-fit.at oder auf meiner Webseite, dort ist ebenfalls ein Kontaktformular. Unten in der Videobeschreibung ist dieses verlinkt, also der Link zum Kontaktformular. Wie versprochen kommt jetzt der spezielle Bonus. Ich habe ein Report erstellt namens Verdauungsprobleme in zwei Monaten besiegt, ohne Medikamente oder einer merkwürdigen Diät. Diesen kannst du dir auf www.darm-fit.at-report kostenlos sichern. Der Link dazu ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Wenn du nichts verpassen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Zudem würde ich mich über ein Like freuen und du kannst gerne deine Meinung über solche Diäten in den Kommentaren schreiben. Mach's gut, ciao.